Ihr drüben! Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Skrypner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu. Ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein. Jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gorns sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören. Und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig. Aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Konfringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Konfringo. Also gut. Du hast es raus. Bereit es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich. Die Ziele. Damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich. Aber du wirst schnell feststellen, dass Konfringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Konfringo! Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so! Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Konfringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Die Explosion heizt alles auf. Klar, dass die Augenbrauen leiden. Du wirst dich dran gewöhnen. Anne, Ominous und ich haben hier unten immer stundenlang geübt. Hier war unser Rückzugsort. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Salamon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast. Über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fig und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberer-Magie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich... ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldkraft gehe, gebe ich Bescheid. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der Fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Sebastian hat mich dort hingebracht. Aber er hat mir klargemacht, dass ich es für mich behalten soll. Diese Ratte! Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Und ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen. Wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Warum soll ich dir trauen? Du hast Sebastian verraten. Bitte. Ich will ihn nur in Schutz nehmen. Er betonte, dass ich niemandem von dem Geheimnis erzählen soll. Er ist ein guter Freund. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Omenis, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Ich muss mir von ihm auszunutzen. Ich muss mich auszunutzen. Ich muss mich auszunutzen und посмотрieren. Ich muss mir von ihm auszunutzen. Ich muss mich auszunutzen. Ich muss etwas kennenlernen. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischen... Ihr Glück. Ich möchte Ihnen Wingardium Liviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Rebellion! 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 Hallo, wie schön Sie zusehen! Reveille! Achio! Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mir, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich sollte für den fast kopflosen Nick verdorbenen Rinderbraten aus der Küche holen. Fauligen Rinderbraten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Aber dann gaben wir den Braten Sir Potmore von der Jagd der Kopflosen und... Sie haben die kopflose Jagd getroffen? Das muss wirklich interessant gewesen sein. Ja, und dann musste ich Richard Jackdors Kopf zwischen Kürbissen finden, damit er mir sagen konnte, wie er gestorben ist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdor? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdors Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Ja. Und weil Jackdor der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Reckham. Professor Reckham. Ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdor an die Seite aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdor stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Und das war die ganze Zeit hier unten. Na,? Ah, Peeves. Hör auf DBeforeu. Je cooler Tage. Sieht vielversprechend aus. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Wenn du das nur sehen könntest.